Ja, bei mir ist Professor Asmus Hitz von Conmusica. Was machen Sie dort? Zunächst einmal der Name vollständig lautet Conmusica, Institute for Modern Music Education. Meine Funktion ist, geschäftsführender Gesellschafter zu sein, die Gründung und Entwicklung dieses Unternehmens zusammen mit meinen Partnern voranzutreiben. Ja, Conmusica hört sich schon sehr musikalisch an. Hier vor uns liegen eine ganze Reihe Noten. Ja, also das, was Sie hier sehen, ist in diesen drei Abteilungen ein durchgängiges Konzept, ein durchgängiges Curriculum für frühkindliche musikalische Bildung. Die setzt an im sechsten Schwangerschaftsmonat. Das ist etwas Besonderes, deswegen der Titel Ins Leben mit Musik für die Schwangere und ihr heranwachsendes Kind. Dazu sage ich später noch einmal mehr. Gefolgt von diesen drei Bänden. Max und Mia ins Leben mit Musik für Kinder ab der Geburt bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres. Max und Mia erleben Musik für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum zweieinhalbten. Max und Mia machen Musik von zweieinhalb bis vier. Und diese Bände, der dritte fehlt jetzt hier, insgesamt sind es vier Bände, sind dann die Vollendung vom vierten Lebensjahr bis zum sechsten Lebensjahr. Das Besondere dieses Konzeptes ist, dass es nicht zufällig entstanden ist, jetzt machen wir hier ein Buch und da ein Buch und da würde noch dieses passen, sondern es folgt einem Curriculum, einem durchgehenden roten Faden, der die Kinder befähigt, wenn sie hier im vierten Band angekommen sind, ganz konkrete musikalische Leistungen erbringen zu können. Also wenn die Kinder mit sechs Jahren das abgeschlossen haben, können sie Noten lesen im Violinschlüssel, im Bassschlüssel. Sie wissen, was dynamische Bezeichnungen bedeuten. Sie wissen, wie man mit Tempi umgeht. Sie können im Ensemble spielen. Sie haben ein sehr gut ausgeprägtes Gehör. Das heißt, sie können fast bis an die Grenze des guten relativen, absoluten höheren Tonhöhen sehr genau identifizieren und nach Singen und Nachspielen auf Notennamen. Wir arbeiten da mit Zollfisch. Sie haben ganz viele unterschiedliche Instrumente kennengelernt. Die Instrumente des Symphonischen Orchesters, aber auch die Instrumente, die in einer Band verwendet werden. Hier haben wir die Instrumente des Symphonischen Orchesters. Und haben die im Laufe der zwei Jahre, die diese Kurses dauert, nach Möglichkeit auch live erlebt, vielleicht auch in der Hand gehalten, auf jeden Fall sich von einem Musiker vorgetragen gehört und erlebt. Und in der Zwischenzeit ganz viele andere unterschiedliche Dinge gemacht, die wichtig sind, um Musik in der ganzen Breite zu begreifen und zu verstehen. Da werden zum Beispiel Volkslieder, traditionelle Lieder genommen, aber auch Lieder aus anderen Regionen der Welt. Wir haben dann natürlich auch die Begegnung mit der sogenannten Hochkultur. Wo haben wir das? Na ja, hier das Tideum. Das ist jetzt Ode an die Freude. Da gibt es ja viele Anlässe, die über diese Musik zu sprechen und diese Musik in unterschiedlichsten Formen zu hören. Und das zieht sich durch diese ganzen Bände hindurch. Wenn wir hier nochmal zurückgehen zu Ins Leben mit Musik, das Konzept für die Schwangere. So hat man hier am Anfang ein Vorwort, das erklärt, warum es sinnvoll ist für die Schwangere und ihr heranwachsendes Kind, sich damit zu beschäftigen. Es wird über vorgeburtliches Verhalten oder den Titel, die Gebärmutter ist das erste Klassenzimmer, geschrieben. Über das, was Bewegung und Hören anbetrifft im vorgeburtlichen Stadium und viele weitere Informationen. Und dann beginnt dieses Konzept damit, dass auf jeweils einer Doppelseite ein Lied dargestellt wird, dazu ein passender Vers und dieses hier sind dann Übungen, die die Schwangere machen kann, aus den Bereichen Yoga, Shigong oder auch aus ganz normalen Entspannungsübungen, die so gezeichnet sind, dass die Schwangere auch ohne Anleitung diese Übungen nachmachen kann. Am besten wäre es natürlich, sie ginge in einen Kursus von einer Hebamme oder in eine Musikschule, wo das angeboten würde, weil man ganz viele Dinge hier drumherum auch noch machen kann. Wir haben also ein Konzept für Kursleiterinnen entwickelt, was viele Ideen gibt, die mit diesem Buch zu arbeiten wären. Das ist eine Mischung aus neun Liedern, die wir neu getextet haben, tageszeitlich, jahreszeitlich bezogen und auch vertont haben, bis hin zu traditionellen Liedern, wie zum Beispiel, was haben wir hier, das sind Karons, wenn ich das richtig sehe, kann und singen, ganz, ganz wichtig. Der Mond ist aufgegangen, mit allen Strophen ungekürzt, als wichtiges Kulturgut. Und unser Ziel ist es, auf diese Art und Weise Musik in die Familien zu tragen. Denn zu keinem anderen Zeitpunkt sind junge Familien so empfänglich für solche Bildungsinhalte, wie gerade zum Zeitpunkt der Schwangerschaft oder wenn die Kinder ganz, ganz klein sind. Und das versuchen wir hier zu befolgen. Diese CD dauert 45 Minuten, enthält alle Lieder gesungen und sehr sensibel musiziert, kein elektronisches Instrument, alles akustische Instrumente und auch anspruchsvoll arrangiert. Die Verse gesprochen von einem Schauspieler, sodass wir wirklich Wert gelegt haben auf hohe Qualität in jeder Beziehung. Und wenn Sie diese CD gehört haben, auch als Nicht-Schwangeren, nach 45 Minuten sind Sie in einer anderen Welt, ganz entspannt und haben sehr viele Anregungen bekommen. Und wir hoffen, dass dieses Konzept dementsprechend auch breiten Zuspruch finden wird. Das ist, wie gesagt, der Baustein für das Konzept zur frühkindlichen musikalischen Bildung, was dann mit diesen Bänden fortgesetzt wird. In diesem Buch für das erste Jahr, man sieht ja gleich den Unterschied, das eine wendet sich an die Schwangere und ist auch anders aufgemacht und das ist ja eher dann wieder auch als Begleitbuch für die Kinder interessant. Absolut. Und wenn Sie einmal sich die Illustrationen anschauen, so werden Sie sehen, dass wir hier immer das Schema haben, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Also das Kind-Schema, welches eben Kinder in diesem Alter wahrnehmen, wenn Sie einen erwachsenen Menschen sehen. Die Großeltern, die die Kinder in der Regel sehr wenig sehen, sind immer tief beglückt, wenn sie sich dann über das Bettchen beugen und das Kind strahlt sie an. Und dann denken Sie, ach guck mal, es hat mich erkannt. Das ist natürlich leider nicht wahr, weil das Kind reagiert auf jedes Schema, was ihm angeboten wird, mit erwartungsvollem Lächeln, so nach dem Motto, ach, du kannst mir im Notfall Nahrung geben und mir weiterhelfen. Das haben wir aber hier berücksichtigt, ganz konsequent. Sie sehen, überall ist dieses Schema da, weil das Kind darauf reagiert und das eben auch als solches erkennt. Auch hier wieder traditionelle Lieder, neue Lieder, eine bunte, stilistische Mischung, Tagesanlässe, Feiertage, also Geburtstage oder auch die Bedeutung der Mutter. Übrigens dieses Lied, es war eine Mutter, haben wir auf YouTube, von Musiker YouTube. Und das hat von allen Liedern, die wir da reingestellt haben, die meisten Zugriffe über 2000 schon. Wir fragen uns, warum ist das so? Aber vielleicht konnten Sie auch mal rein, das klingt sehr schön, aber gerade dieses, ist es vielleicht diese verrückte Illustration oder ist es dieser Titel? Wir wissen es noch nicht genau. Das ist also das Konzept für ein ganzes Jahr und wird von Lehrkräften, die auf diesem Gebiet sich spezialisiert haben, unterrichtet. Man kann auch bei ComMusica Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Das ist übrigens für alle Interessierten frei. Es gibt keinerlei systemische Bindungen. Diese Bücher kann jeder erwerben im ComMusica Shop. Sie sind nicht im Handel erhältlich, sondern nur über die Webseite auf www.commusica.org. Und ebenso kann man da die Seminare buchen, die für jede Frau und für jeden Band zugänglich sind. Ja, wir haben hier eine ganze Reihe von Max- und Mia-Noten, um nicht zu sagen... Eine Reihe ist richtig. Ja, im doppelten Sinne. Im doppelten Sinne, das gehört ja hier zusammen, als Block von ab der Geburt bis zum vierten Lebensjahr. Und ich sehe hier auch Noten liegen, die haben überhaupt nichts mit Max und Mia zu tun. Ja. Sondern mit der akustischen Gitarre. Da machen wir insgesamt vier Bände. Hier sieht man Band 1, Band 2. Und dieses Konzept... Sind Sie zufällig Gitarrist? Sie sind Gitarrist. Na ja. Sollten Sie lieber drauf gucken, ob Sie vielleicht filmen. Ja, also was soll ich dazu sagen? Es ist ein Konzept, was lange Jahre erprobt worden ist. Für den Gruppenunterricht, für den Einzelunterricht. Mit CD, die im Augenblick hier noch nicht dabei ist, aber im nächsten Monat herauskommt. Basiert auf traditionellen Liedern. Es sind bewusst keine Copyright-geschützten Songs hier verarbeitet, sondern Eigenkompositionen und traditionelles. Ausgehend davon, dass man, wenn man das hier spielen kann, man viele andere Dinge gleich in Schwierigkeitsgrade sehr wohl auch spielen kann. Und dieses Konzept vermittelt alles das, was man braucht, um im Bereich klassischer Gitarre sich bewegen zu können. Kleinschrittig aufgebaut, keine großen Sprünge, sodass das Unterrichten auch in der Gruppe sehr gut möglich wird. Sie sehen, dass es immer eine Lehrerstimme gibt und eine Schülerstimme, die dicker gedruckt ist. Hier jeweils das CD-Symbol. Alles, was gebraucht wird an theoretischem Grundwissen, wird erklärt, sodass es hier keine Probleme gibt, die Dinge veranschaulicht darzustellen. Und am Schluss findet man ein Glossar, was mehrsprachig verwendet werden kann. Da wird dann eben hineingeschrieben, in welcher Sprache sich das bewegt. Und dazu gibt es einen zweiten und dritten und vierten Band. Das jetzt hier darzustellen, ist natürlich nicht die Gelegenheit. Aber wichtig ist Solospiel, Ensemblespiel, in der Gruppe, im Einzelunterricht. Ein sehr bewährtes Konzept und neu. Wie alles, was Sie hier sehen, tatsächlich Neuerscheinungen sind. Konmusika existiert ja erst seit August des vergangenen Jahres, also 2011. Wir sind noch kein Jahr alt und haben mittlerweile schon 13 Bücher, ich habe nicht alle mitgebracht, publiziert. Das Besondere dieses Konzeptes ist, dass die Kinder, wenn sie diese Serie, Max und Mia, im Wunderland Musik durchlaufen haben, also vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr, sehr gut vorbereitet sind, in den Instrumentalunterricht einzusteigen. Das heißt, die Kinder können Noten lesen im Violinschlüssel, im Bassschlüssel. Sie wissen, was dynamische Bezeichnungen bedeuten, Tempobezeichnungen bedeuten. Sie haben eine ganze Palette musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten erworben und können in den Instrumentalunterricht einsteigen. Der Instrumentallehrer oder die Lehrkraft muss sich dann eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, darum bemühen, die Spieltechnik zu vermitteln. Alles andere sollte dann schon vorhanden sein.